Yo, 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 letztes Mal am Mic für dieses Jahr. Mein Name ist Sören und du hörst den Watteslos-Podcast. Und wenn du bis zum Outro der letzten Folge dran geblieben bist, da hatte ich angeteert, dass diese Folge ja nicht im direkten Sinne ein Pro, aber auch irgendwie ein Pro am Start sein wird. Und jetzt konnte Plotwist, auf diesen Gast müssen wir uns noch eine Folge länger gedulden, weil es aus aktuellem Anlass einen kleinen Dreher gab. In dieser Folge haben wir nämlich die Ehre, den Shootingstar der deutschen Kurz-Distan-Szene, Klammer auf, epischer Trommelwirbel, Klammer zu. Heute ist Lena Meisner zu Gast. Falls du die Kurz-Distan-Szene neben dem ganzen Longo-Kram nicht verfolgt hast, shame on you. Ein Spaß, aber Lena hat auf jeden Fall beim Grand Final der WTCS-Serie ein richtiges Brett abgeliefert und was das für sie bedeutet und was das auch für Wellen in der Szene geschlagen hat, das besprechen wir gleich zum Anfang des Interviews. Und ich wollte vor allem mal von Lena erfahren, wie es sich so lebt als, ja man könnte sagen, schon etablierte Kurz-Distanzlerin, wo der Welfenschutz der, ich sag mal, Juniorenjahre schon längst vorbei ist, aber vielleicht die absolute Weltklasse auch noch nicht ganz anklopft. Und wie sie damit umgeht. Und natürlich sprechen wir ja auch über Olympia 2024. Natürlich wollte ich ja ihre Ambitionen hinsichtlich Paris wissen und auch, das hatten wir auch in den letzten Folgen mal wieder als Dauerthema, Social Media ist hier ein Ding. Und war, by the way, auch so eine meiner Hauptfragen, die ich mir gestellt hatte, weil Lena seit diesem Jahr auf Instagram am Start ist und ich wollte von ihr wissen, warum sie, Klammer auf, erst dieses Jahr, Klammer zu, mit Social Media angefangen hat. So, und jetzt viel Spaß beim Reinhören. Lena, im Business sagt man ja immer, eat that frog, dass man erstmal das Größte aus dem Raum schiebt. Und der Elefant im Raum ist ja, muss es ja einfach so sagen, das WM-Finale Abu Dhabi. Und die Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt hier fleißig mithören, können das vielleicht noch nicht ganz so einordnen. Vielleicht kannst du uns mal kurz abholen, worum es da ging, bevor wir dann vielleicht zu deinem, was es für dich bedeutet hat, dann letztendlich kommen. Ja, das WM-Finale in Abu Dhabi, das schließt sozusagen die Saison 2022 ab. Das ist das letzte Rennen der Weltserie und das bedeutendste Rennen der Weltserie im Jahr immer, weil es gibt ja doppelte Punkte für die WM-Wertung. Das heißt, alle Leute, die irgendwie oder alle Athletinnen, die auf die WM-Wertung schielen, wollen bei dem Finale topfit sein, um ja möglichst in der Gesamtwertung weit vorne platziert zu sein. Und demzufolge ist es immer ein spannendes Rennen. Es sind alle Leute da, die in der Szene irgendwie Rang und Namen haben. Und ja, für uns ist es somit eigentlich das wichtigste Rennen des Jahres. Okay, das ist natürlich ein sehr, sehr gutes Timing für dich gewesen. Du hast bis Dritter gewonnen und ich habe gesehen, nach, es gibt so einen kleinen Highlights-Zusammenschnitt von dem Rennen. Und da meinst du natürlich logischerweise nach dem Zieleinlauf, dass du das erstmal verarbeiten musst und hast es auch ein bisschen so bei Instagram kommuniziert. Jetzt sind wir ja so ein paar Wochen danach. Wie ordnest du das Ergebnis für dich jetzt ein? Ja, ich würde sagen, es ist immer noch unwirklich irgendwie, weil es ist total komisch gewesen, direkt nach dem Rennen in die Pause zu gehen. Also gefühlt war ich in der Blüte meiner sportlichen Tätigkeit und danach habe ich erstmal jetzt drei Wochen freigemacht und nichts trainiert. Das war total skurril, weil eigentlich will man ja nach so einem Ergebnis weitermachen und man will sofort wieder zurück ins Training gehen und man ist top motiviert. Aber es stand halt nach dem langen Jahr erstmal jetzt wirklich an, Pause zu machen, runterzukommen, nicht zu trainieren, Kräfte zu sammeln. Und das macht das ganze Ergebnis für mich wirklich noch ein bisschen unwirklicher. Also ich habe jetzt natürlich im Nachgang von dem Rennen auch viele Highlight-Videos gesehen. Ich hatte extrem viele Nachrichten bekommen, habe viele Gespräche darüber geführt und ja, in manchen Momenten erwische ich mich dabei, dass es sich immer noch so anfühlt, als bin das gar nicht ich gewesen da auf dem Podest. Weil es ist natürlich nicht nur der Tag, sondern in dem Tag steckt so viel Arbeit drin über so viele Jahre hinweg. Und ich glaube, dieser Tag, das ist das, worauf alle Leistungssportler irgendwie mal hinfiebern, dass alles zusammenpasst. Und ja, dass ich das erleben durfte bei dem Wettkampf, ist einfach unglaublich schön. Ja, mega gut. Ich habe in einem Kommentar gesehen oder gelesen, ich glaube, das war bei Sport1, auch bei dem Hadi, hatten wir ja gerade kurz im Vorgespräch, da ging es darum, dass das der endgültige Durchbruch auf der internationalen Bühne war. Empfindest du das auch für dich so? Ja, ich sage mal so, ein Podest ist auf jeden Fall ja was ganz Großes. Also das einmal in der Weltserie zu schaffen, das ist, glaube ich, so das Ziel, was man als Sportler hat. Und ich habe bei den beiden Rennen davor auf Sardinien und auf Bermuda mit dem 11. Platz schon für mich eigentlich wirklich ein gutes Rennen jeweils gehabt. Auf Bermuda würde ich sogar sagen, war ich ein Stück weit fast so ein ganz bisschen enttäuscht, dass es nicht schon das erste Mal in Richtung Top 10 gegangen ist, weil ich mich gut gefühlt habe, aber an dem Tag vielleicht doch nicht alles so zusammengepasst hat. Und ja, jetzt mit einem Podest, das ist fast schon so ein bisschen über die Erwartung hinaus gewesen. Also wäre es beim WM-Finale irgendwie in Richtung Top 10 gegangen, hätte ich auch gesagt, ich bin irgendwo im Kreis der erweiterten Weltspitze angekommen. Jetzt natürlich mit einem Podest war das natürlich was, was jetzt nicht unbedingt zu erwarten war, aber was halt die Saison einfach total schön abgerundet hat und natürlich jetzt auch große Motivation ist für das kommende Jahr. Ja, klar, voll. Wie war das denn jetzt so danach medial? Ging es dann richtig los mit dem Pressetrubel? Oh, mein Handy, ich hatte das relativ lange nach dem Ziel nicht, weil es hat dann gedauert, bis Siegerehrung kam und alles und dann als ich zurück im Hotel war, so drei Stunden nach dem Rennen circa und das erste Mal WLAN hatte, ist das gefühlt explodiert. Also das war wirklich, ich habe so unglaublich viele Nachrichten bekommen. Ich habe leider bis heute noch teilweise unbeantwortete Nachrichten, da entschuldige ich mich auch für. Aber ich hatte natürlich jetzt auch ein bisschen Urlaub und dann bin ich auch nur pausenlos am Handy hängen und ja, also die Aufmerksamkeit ist schon groß gewesen. Auch hier bei mir in der Heimatstadt kamen viele Artikel, viele alte Freunde haben gratuliert, meine Eltern gratuliert und ja, natürlich auch die Berichte jetzt irgendwie da auf Sport1 und es gab, glaube ich, auch einen Artikel irgendwie auf sportschau.de. Also es war schon extrem viel los und ja, dass das dann alles irgendwie immer mit meinem Gesicht verbunden ist, hat sich dann wirklich ganz komisch angefühlt, weil ich nicht gedacht habe, dass das so eine Wellen dann auch schlägt. Ist es dann so ein bisschen unangenehm oder auch schon irgendwie ganz amüsant oder charmant, dass so viel Aufmerksamkeit auf einmal dann auf dich gesetzt ist? Das kam ziemlich plötzlich, muss ich sagen, weil für mich war das natürlich persönlich ein großer Erfolg, aber ich habe nicht gedacht, dass das von außen auch so als so ein extrem großer Erfolg wahrgenommen wird. Also weil für sich selber ist es natürlich immer irgendwie, ordnet man das ja am ehesten erstmal ein, wie der Erfolg einzuordnen ist, aber das von außen, dem so viel beigemessen wurde, das habe ich nicht erwartet und das macht einen natürlich auch stolz, dass viele Leute das irgendwie mitbekommen haben, auch viele Leute, wo ich vielleicht nicht gedacht hätte, dass sie das mitbekommen haben und dass die sich auch irgendwie für einen mitfreuen. Das hat mich schon glücklich gemacht. Das ist schön. Ich habe ja auch gesehen, in dem Highlight-Video war auch einmal, dass du kurz einem Sturz in Gang bist. Da ist, glaube ich, die Taylor-Nipp gestürzt. Du konntest so ein bisschen umherumschiffen noch. Also es hängt ja auch immer vieles so an so einem seidenen Faden. Du hast es schon gesagt, da kommt dann alles zusammen, was irgendwie über Jahre vorbereitet wurde. Kannst du, kannst du oder hast du für dich schon so analysiert, warum denn genau dort an dem Rennen alles zusammenkam? Das ist eine gute Frage. Tatsächlich hatte ich eigentlich vor dem Rennen so ein bisschen, was heißt Bauchschmerzen, aber ich bin eigentlich kein Athlet, der sonderlich gut mit Hitze zurechtkommt, so aus der Vergangenheit, also vor allem mit diesen extrem hohen Temperaturen. Und wir hatten ein Vorbereitungstrainingslager in Dubai und die erste Radausfahrt, da dachte ich, also zu Hause die Einheiten, bevor ich nach Dubai geflogen bin, so zehn Tage vorm Rennen liefen richtig, richtig gut. Also ich dachte schon, okay, ja, ich bin fit, für was es reicht, weiß man nicht. Den ersten Tag da in Dubai, ich steige aufs Rad, wirklich übelst wenig Watt, Puls extrem hoch. Nach anderthalb Stunden musste ich die Tanke ansteuern, Cola trinken, Wasser trinken, es ging nichts mehr. Und ich stand im Fahrstuhl und dachte, auf gut Deutsch, scheiße, ey, ich bin irgendwie doch überhaupt nicht in Form. Das wird nicht, ja. Die Hitze, es geht gar nicht. Aber tatsächlich hat es sich dann eigentlich von Tag zu Tag so gebessert mit der Hitze, dass man sich wirklich dran gewöhnt hat und es einem nicht mehr ganz so schlimm vorkam. Und dann, ja, am Renntag, sage ich mal, sind das Bedingungen, mit denen jede Athletin zurechtkommen müssen. Und ja, ob ich das jetzt so unbedingt gedacht habe, schwierig. Also natürlich liefen die Rennen davor gut, aber man hofft natürlich dann immer, dass irgendwann das Rennen kommt, für das man so richtig trainiert hat. Aber wäre jetzt einfach vielleicht nochmal ein Elfterplatzball rausgesprungen, hätte ich auch gesagt, ich habe Entwicklung für mich gesehen. Also das würde ich jetzt nicht nur an dem dritten Platz festmachen wollen. Ich habe ja auch gesehen, dass du hast bei der DTU-Seite so ein Porträt und da war ein O-Ton, dass du es noch schwierig findest, das ist zwar schon zwei, drei Jahre her, dass halt Wettkämpfe, so wie der jetzt, vielleicht nicht immer perfekt laufen können. Ich meine, alle, die jetzt hören, wissen das im Triathlon nie, was alles perfekt läuft. Und ich kann mir vorstellen, gerade auf der professionellen Ebene, auf der Kurzstanz ist es noch ultraschwerer, noch halt das alles zusammenzubringen. Hast du für dich da schon so einen Weg gefunden, da besser mit umzugehen, dass eben das nicht perfekt laufen kann in den seltensten Fällen? Ich würde sagen, es gelingt mir mal mehr, mal weniger. Also ich hatte natürlich auch dieses Jahr Wettkämpfe, wo es nicht gelaufen ist, wo auch Tränen geflossen sind, wo man direkt im Ziel dachte, boah Mist, ey, es lief irgendwie nicht, wofür mache ich das alles? Ich reiße mir da irgendwie jeden Tag den Hintern auf und dann kommt es doch nicht zusammen. Ich glaube, die Ergebnisse hat, oder ja, diese Erlebnisse hat jeder irgendwie für sich zu verarbeiten. Aber ich glaube jetzt, ich meine, ich gehe jetzt in Richtung Mitte 20. Ich sehe es jetzt alles ein bisschen anders als noch vielleicht vor, ja, fünf, sechs Jahren, als ich vielleicht gerade so den Sprung vom Juniorenbereich in den Elitebereich geschafft habe. Da war es so, man hatte vielleicht zwei, drei wichtige Rennen im Jahr. Und wenn dann halt diese Rennen blöd gelaufen sind, war es natürlich so, dass das irgendwie das Jahr überschattet hat. Aber jetzt ist es so, man hat viel mehr Chancen. Also ich habe viel mehr Starts und ich weiß, aufgrund dieser Vielzahl der Starts kann einfach nicht jeder Start gut laufen. Und auch wenn dann das Rennen blöd war, ärgere ich mich natürlich die Stunden danach. Aber ich versuche dann eigentlich, dass es nicht mehr in den nächsten Tag mit rüber geht. Weil der nächste Tag ist dann schon wieder so eine Chance, irgendwie neu anzufangen, das Ganze neu zu sehen. Und aus jedem schlechten Rennen kann man auch irgendwie immer, das klingt zwar so abgedroschen, aber immer noch ein bisschen was Positives mitnehmen. Vielleicht sind Fehler in der Vorbereitung gelaufen, vielleicht hatte man zu viel Stress, vielleicht hat irgendwas mit der Ernährung nicht gepasst. Also man kann das auch immer noch von so einer Seite des Lernens betrachten. Und so versuche ich das eigentlich jetzt mittlerweile eher zu sehen. Achso, also du warst ja dann schon immer so um die Top Ten herum, davor bei den Rennen. Und dennoch kommt dann aber auch schon so diese große Frage, warum mache ich das hier eigentlich alles danach? Also das taucht dann schon auf. Ja, ich sage mal so, jetzt bei den Top Ten Rennen nicht. Aber ich meine, in Hamburg war ich, weiß ich nicht, 31. Weit weg von vielleicht meinen persönlichen Erwartungen. Bei der Deutschen Meisterschaft war ich auch nur siebte. Bei den Weltcups im September lief es auch nicht so richtig rund mit Platz 17 und Platz 13. Das sind dann eher so die Ergebnisse, wo ich mich dann frage, okay, also eigentlich läuft das Training gut. Woran liegt es jetzt? Oder selbst wenn das Training irgendwie nicht so gut läuft, fragt man sich ja auch, woran liegt es, dass es im Training überhaupt nicht läuft? Ich würde sagen, das sind dann eher so die Rennen, die einen so ein bisschen nachdenklich machen lassen. Gerade so nach der Deutschen Meisterschaft mit Platz 7 war ich schon für mich persönlich enttäuscht. Weil ich meine, das wurde übertragen von ARD, ZDF. Es ist medial auch relativ groß im Fokus. Und dann wird man dort nur siebte. Dann fragt man sich auch, hm, irgendwie blöd gelaufen, dass es jetzt heute an dem Tag gar nicht zusammenpassen wollte. Aber ja, zwei Wochen später kam das nächste Rennen. Dann bleibt halt leider nicht so viel Zeit, um da irgendwie den Kopf in den Sand zu stecken, sondern es geht halt immer irgendwie weiter. Und schlussendlich ist es halt auch in Anführungszeichen nur Sport. Davon hängt halt Gott sei Dank unser Leben nicht ab. Das ist ein wunderbares Hobby, was wir ausleben dürfen. Aber wenn ich jetzt da ein schlechtes Rennen habe, geht die Welt halt nächsten Tag wieder auf und auch wieder unter. Und das ist das Schöne, glaube ich, an unserem Beruf. Okay, du hast gerade das Stichwort Hobby gesagt. Aber du bist ja schon eigentlich professionelle Sportlerin, oder? Ich studiere nebenbei. Also ich studiere an der Präsenzuniversität in Saarbrücken, also quasi an der normalen staatlichen Uni. Ich studiere dort Sport und Chemie auf Lehramt, Sekundarstufe 2. Sehr gut. Gebrauchung, Lehrerin. Ja, und ich drehe mir das manchmal so ein bisschen, wie ich es brauche. Wenn ich in der Uni bin, sage ich, ich bin eigentlich Profisportler und die Uni ist nur nebenbei mein Hobby. Bin ich im Training und es läuft mal nicht so, sage ich flachsig. Na ja, eigentlich studiere ich ja Vollzeit und ich bin nur nebenbei Hobbyathletin. Nee, Spaß beiseite. Also ich würde schon sagen, dass ich wahrscheinlich in Richtung Profi einzuordnen bin, aber halt nebenbei trotzdem noch in die Uni gehe und gerade die letzten Jahre sehr, sehr viel in der Uni gemacht habe. Gerade letzten Winter war ich jeden Tag, Montag, Freitag von 8 bis 16 Uhr lange das Training auch mal hinten angestellt worden und jetzt tatsächlich dieses Wintersemester ist das erste Semester, seit ich angefangen habe zu studieren, wo ich wirklich nur einen Tag in die Uni gehe und ein bisschen weniger mache, weil ich einfach jetzt schon relativ viele Kurse abgeschlossen habe und mir es jetzt erlauben kann, da ein bisschen ruhiger zu machen. Ja, krass. So, aber sonst hört man ja oft öfters immer eher so, wir hatten zum Beispiel hier den Simon Hänsele zu Gast, der auch in der Kurzstanzszene da mitschwingt, dann ist es eher so, dass natürlich das Studium auch da ist, aber es ist eher so ein bisschen hinten angestellt, so mit so einem flachsigen Unterton meistens immer nicht. Aber das ist dann bei dir schon anders? Also das hört sich ja fast schon an oder zumindest bis vor kurzem noch, das ist wie so ein Fulltime-Job, kann man sagen. Ja, würde ich sagen. Also ich habe jetzt über die, also normale Regelstudienzeit sind ja 30 CP pro Semester und ich habe jetzt über, ich habe jetzt sechs Semester hinter mir und habe über die Semester im Schnitt 25 CP gemacht. Also knapp 5 CP im Schnitt weniger als halt normale Regelstudienzeit. Es war an einigen Ecken und Enden schon straff. Also gerade letzten Winter, ja, war wirklich hart. Also ich war, ja, wie gesagt, Montag, Freitag lange, ich war Dienstag lange, ich war Mittwoch und Donnerstag und es war eigentlich, also es war wirklich wenig Zeit für Freizeit, weil wenn ich nicht in der Uni war, habe ich trainiert. Zwischendurch habe ich mal versucht, noch irgendwie zu schlafen und zu essen, hatte lange Abende Richtung Klausurenphase dann. Aber ich würde sagen, für mich ist es, also gerade nach der verpassten Olympia-Qualifikation 2021 war das halt mein Weg, den Spaß am Sport wiederzufinden. Halt mich nicht zu sehr zu stressen, zu früh wieder in Richtung Qualifikation 2024, sondern ich habe bewusst gesagt, ich möchte jetzt ein Jahr in der Uni wirklich viel durchziehen, viele Kurse abhaken und halt einfach das Training so machen, wie es mir Spaß macht, wie es mich erfüllt. Aber mich jetzt nicht mit Trainingslager und allem so sehr belasten, dass ich irgendwo wieder mentale Energie verliere in Richtung Quali. Und es war natürlich ein Risiko, weil ich war zur Saisonvorbereitung lediglich in einem Trainingslager im März in Girona und bin im Winter so gut wie kaum Rad gefahren, weil Radfahren natürlich das war, was zeitlich immer am meisten einnimmt und ich hatte keine Zeit. Also wurde Radfahren gestrichen oder irgendwie mit einer Stunde auf der Rolle versucht zu kompensieren. Ja, aber schlussendlich hat es sich ausgezahlt für mich. Es gab dafür keine Garantie, dass es sich auszahlen wird. Aber ich glaube, das zeigt, dass man auch durchaus, wenn man es möchte, auch ein Studium an einer normalen Universität hinkriegen kann. Das ist ja interessant, dass wir hier eher so ein bisschen mehr von Entlastung sprechen, statt immer nur drauf, drauf, drauf. Jetzt hast du diese Ergebnisse erzielt und auch gerade im Hinblick, was du gerade erzählt hast, wie bewertet ihr den jetzt eigentlich dann mit, ich glaube, Daniel Unger trainierst du auch nicht zusammen in Saarbrücken oder ist das der Steffen Justus? Also mein Trainer ist speziell Steffen Justus, aber wir haben noch Andreas Klütsch und Daniel Unger als Stützpunkttrainer mit, die das Trainergespann sozusagen komplementieren. Okay. Und die würden natürlich gerne, dass du wahrscheinlich noch versuchst, noch mehr rein zu investieren, oder? Kann ich dir vorstellen. Tatsächlich ist es so, dass Steffen, mit dem ich ja sehr eng zusammenarbeite seit jetzt letzten Winter, der das ganz gut verstanden hat, dass es für mich auch irgendwo eine Art von einem mentalen Ausgleich ist. Weil im Leistungssport ist halt leider die Entwicklung nicht immer linear und es gibt Phasen, wo es einem schwerfällt und wo es nicht so läuft. Und wenn man dann aber in der Uni vielleicht sich noch das ein oder andere Erfolgserlebnis holen kann, ist das ein ganz guter Ausgleich. Und irgendwie fällt es mir, ich habe gefühlt immer sehr viel Energie am Tag und wenn ich dann nichts zu tun habe, dann wird mir auch schnell langweilig, beziehungsweise dann fange ich an, so extrem den ganzen Prozess zu hinterfragen. Okay. Dann denke ich mir immer, es ist alles richtig, was ich mache, könnte ich nicht hier und da noch. Und wenn ich so ein bisschen abgelenkt bin, dann habe ich immer das Gefühl, dass es mir irgendwie ganz gut tut, meine Energie dann wirklich auf das Wesentliche zu lenken. Und ja, einfach total viel Spaß dann an der Bewegung zu haben als Ausgleich auch zu der geistigen Tätigkeit. Muss man mal einmal einhaken zum Studium, also mit CP ist das schon ein bisschen länger her bei mir, aber da werden auch immer Erinnerungen wach. Aber ich höre da raus, was ja auch eigentlich ganz gut ist wahrscheinlich, dass es dir auch schon Spaß macht. Was heißt Spaß? Für Prüfungen ist es halt immer Stress, aber also ich sehe es gerade auch bei meiner Freundin im Medizinstudium, das ist einfach nur noch, man will einfach nur noch irgendwie durch, weil auch, ich kenne es ja auch von meinem Studium von damals, irgendwie gefühlt 70 Prozent waren halt wirklich Sachen, die man nie wieder danach gehört hat. Also wie gehst du damit gerade um? Oh, ich würde sagen, es gibt Kurse, wo ich sage, da habe ich richtig Lust drauf, aber es gibt auch wirklich viele Kurse, wo ich mir denke, wie du sagst, oh, es ist einfach nervig. Also ich habe gerade jetzt im Herbst zwischen den Rennen ein Laborpraktikum in Chemie gemacht, das habe ich im September angefangen und ich habe zwischen Cagliari und Bermuda, waren wir auf Mallorca, und ich habe eigentlich jeden Tag irgendwelche Protokolle verbessert, weil wir haben teilweise 40 Seiten Laborprotokoll abgegeben und dann kamen immer zurück, das alles ist falsch, das ist falsch, das ist falsch, also zwischen den Einheiten saß ich eigentlich immer dran und habe irgendwas korrigiert und da denke ich mir auch dann, das ist super nervig, aber es gibt halt auch Sachen, die ich total interessant finde und was ich glaube ich schön finde am Studieren ist, dass ich halt da viele Leute auch kennengelernt habe außerhalb dieser Leistungssportblase, die halt wirklich irgendwie ein normales Leben haben und mit dem man mal einen Kaffee trinken gehen kann und wo es nicht darum geht, wie ich beim letzten Rennen war oder was als nächstes ansteht, sondern man redet mal über ganz normale Themen, die einen so im Alltag beschäftigen und den Austausch finde ich eigentlich ganz cool und so auch dieses gemeinsame Durchboxen, gerade jetzt im Sportstudium, ich habe jetzt die praktischen Kurse mit Touren und mit Tanzen und allem hinter mir, wo ich sagen muss, es ist mir nicht einfach gefallen, ich habe viel dafür geübt, aber wenn man Leute hat, mit denen man üben kann und denen es auch schwer fällt, dann sind so kleine Erfolgserlebnisse auch wirklich was, ja, wo man sich zusammen drauf aufbauen kann und die Gemeinschaft ist einfach cool und demzufolge ist das auch so ein Aspekt, der mir am Studieren halt Spaß macht. Okay, verstehe. Und wenn wir jetzt nochmal zu Abu Dhabi kommen, jetzt ist Pause, also jetzt kann man sich quasi nicht nochmal beweisen oder du kannst es nicht nochmal, ja toppen ist auch wieder so Quatsch, höher, schnell, weiter, aber du kannst es halt nicht für dich verifizieren, wahrscheinlich auch einfach zu sehen, wie mache ich jetzt weiter. Wie ist denn das für dich jetzt, ist es für dich, dass du sagst, hey, damit gehe ich jetzt voll 2023 rein und kann da voll dran anknüpfen oder schwingt da auch so ein bisschen Druck jetzt mit dabei, dass du, weil wir hatten erst ein bisschen das Thema so Perfektionismus, dass du das irgendwie reproduzieren musst. Ist da auch so ein Gefühl da? Ich würde sagen, wirklich eine Mischung aus beiden. Also auf der einen Seite ist natürlich dieser sehr, sehr positive Abschied, vom Jahr 2022 für mich eine extrem große Motivation, dass ich sehe, was bei einem wirklich guten Rennen alles, ja, klappen kann. Also es ist nicht mehr so, dass ich mir denke, ich muss auch irgendwie zu großen Respekt vor der Ebene der Weltserie haben, was ich, glaube ich, lange Zeit hatte. Wenn man einfach nicht so regelmäßig auf dieser Ebene unterwegs ist, stellt man sich natürlich innerlich immer die Fragen, bin ich dem gewachsen? Ist das die Ebene, wo ich hingehöre? Und jetzt nach ein paar Rennen und auch ein paar guten Ergebnissen weiß ich, die anderen kochen auch nur mit Wasser. Und wenn man einen guten Tag hat, dann kann man da auch mithalten. Hat man natürlich nicht so einen guten Tag, ist es natürlich so bei der hohen Leistungsdichte, dass auch mal ein nicht so gutes Ergebnis bei rauskommt. Aber grundsätzlich weiß ich, dass ich da eigentlich hingehöre, da bestehen kann. Und das ist für mich eine große Motivation. Und du hast es angesprochen mit dem Druck. Ich weiß selber, dass nicht jedes Rennen mit einem Podium enden wird. Das wäre toll, wenn es so wäre. Aber das ist halt einfach nicht so, weil die Leistungsdichte extrem hoch ist und nicht jedes Rennen und nicht jeder Tag ist im Sport gleich. Aber ich glaube, es geht darum, dass man für nächstes Jahr die Saison wirklich gut strukturiert und man weiß, bei welchen Rennen will ich topfit sein. Und die anderen Rennen dienen der Vorbereitung. Und da kann es natürlich auch mal sein, dass ein Vorbereitungsrennen irgendwie daneben geht, weil vielleicht irgendwie das Training nicht perfekt darauf ausgelegt war. Oder man hatte irgendwie noch ein bisschen Stress drumherum. Oder man hat vielleicht auch mal was probiert, was vielleicht in einem Rennen klappen könnte. Und ja, demzufolge ist es so, dass ich mir nicht jetzt den Druck mache, dass ich in jedem Rennen auf dem Podium stehen will. Ich glaube, es geht dann für mich mehr darum, wirklich in dem Rennen das Leistungsvermögen, was ich zum Tag X habe, irgendwie zu zeigen. Und wenn mein Vermögen an dem Tag für Platz 15 reicht, dann ist es gut. Und ja, wir werden sehen, was der Saisonanfang bringen wird. Wie ist denn das? Also, jetzt kennst du ja, man kennt sich ja so ein bisschen nicht. Also, es sind ja immer so meistens die Gleichen. Es kommen nicht immer alle zu den Rennen, aber man kennt sich ja. Sagen wir mal jetzt so die Top 10, Top 15. Sind das dann auch Athletinnen, die... Also, ich könnte mir vorstellen, dass die meisten davon, wenn nicht sogar alle, schon sehr, sehr professionell unterwegs sind. Kannst du uns da mal vielleicht so ein bisschen abholen? Ich kann natürlich nicht für alle sprechen, aber es gibt natürlich Athletinnen, die jetzt schon auch in einem etwas höheren Alter sind, vielleicht Ende 20, Anfang 30. Die haben möglicherweise schon ein Studium abgeschlossen. Oder einige haben auch möglicherweise gar nichts. So genau kenne ich mich da auch nicht aus. Aber ich denke, dass jetzt aktiv im Studium wahrscheinlich eher, wenn Mädels sind, die so in meinem Alter sind, wobei ich da auch von vielen weiß, dass die nichts nebenbei machen. Aber das ist, würde ich sagen, eine wirklich sehr persönliche und individuelle Entscheidung. Und da, glaube ich, kann man sich nicht so richtig mit jemandem vergleichen, sondern jeder sollte da seinen Weg finden, den man persönlich irgendwie gehen möchte. Ja, ich wollte da so ein bisschen darauf hinaus, jetzt könnte man ja sagen, wenn du jetzt mehr Zeit in den Sport investierst, hast du mehr Trainingszeit und wirst vielleicht besser oder ganz bestimmt oder wie auch immer. Aber dann hast du ja schon gesagt, du brauchst ja eigentlich auch das Andere. Du brauchst ja auch das Mentale, das Geistige, was du sozusagen da auftrainieren möchtest. Gibt es dann eigentlich so einen, sag ich mal, so einen Switch ohne das Studium, ohne so diese andere Bubble, wo du ja auch drin lebst und dir auch sehr viel Spaß macht? Ist es dann eigentlich möglich, sozusagen, dass du dich nur auf den Sport konzentrierst oder sagen wir mal einfach zu über 90 Prozent, siehst du das für dich selber auch? So ein klassischer Profisportlerin sozusagen? Also diesen Eingangssatz, den du gebracht hast, ohne Studium wärst du so viel besser, den habe ich, glaube ich, schon, weiß ich nicht, wie oft gehört. Das ist ja so ein Klischee-Satz, nicht so? Das ist ein totaler Klischee-Satz. Und ich würde sagen, ich habe jetzt für mich so ein bisschen den Weg gefunden, dass ich weiß, dass ich, wenn ich jetzt wirklich eine erfolgreiche Saison 2023 und 2024 haben will, dass ich nicht mehr dieses Pensum halten kann, was ich die letzten Jahre gemacht habe, weil da kommt einfach vor allem die Regeneration zu kurz. Und das ist das, was einem ja am Ende als Athleten voranbringt. Das sind ja nicht nur die Stunden, die man irgendwie schafft, abzuspulen, sondern es ist ja dann vor allem, dass man genügend Schlaf kriegt, dass man sich gut ernährt, dass man halt auch mal eine Stunde Mittagsschlaf machen kann. Und das war halt nicht möglich mit dem Unipensum, was ich gefahren habe über die letzten Jahre. Aber für mich selber will ich eigentlich an meinem Weg festhalten und trotzdem so ein bisschen was nebenbei machen, wenn es nicht viel ist, aber dass ich einfach gelegentlich mal mich auf was stützen kann, was außerhalb dem Sport noch existent ist. Ich denke mal, das ist ja auch der große Unterschied dann zwischen den Profis und den Amateuren, dass man die Zeit auch zur Entlastung hat für das Powernap zum Mittag sozusagen. Ich habe gesehen, du warst jetzt 2022, ich glaube 13 Rennen zumindest gelistet, 13 Rennen in neun Ländern. Also du kommst ganz schön rum, hast du ja schon gesagt. Hat man eigentlich die Chance auch so ein bisschen die Natur, die Orte vor Ort so ein bisschen auch wahrzunehmen? Unterschiedlich. Also ich war ja zu Saisonbeginn in Singapur und da habe ich meinen Rückflug extra einen Tag später gebucht, dass ich wirklich die Chance hatte, zwei Tage mir Singapur anzugucken. Zusammen mit Annabelle Knoll war ich da unterwegs. Wir hatten eine wirklich schöne Zeit, haben viel Touristuff so gemacht, wenn man das so bezeichnen möchte. Also ich glaube, da haben wir schon wirklich einen sehr, sehr guten Einblick in die Stadt bekommen. Und ansonsten ist es so, dass ich natürlich an vielen Orten jetzt auch schon öfter war. Also gerade jetzt vielleicht wie Karlsbad oder Valencia, das ist dann schon bekannt. Und auf Bermuda haben wir es so gemacht, da sind wir nach dem Rennen auch noch einen Tag da gewesen. Und da sind wir mit dem Fahrrad die Insel mehr oder weniger abgefahren. Hat leider total schlechtes Wetter. Es hat geregnet. Wir hatten eigentlich geplant, dass wir ein Handtuch und eine Badehose beziehungsweise einen Badeanzug uns ins Radtrikot packen und dann so ein bisschen von Strand zu Strand fahren. Aber das ist dann aufgrund des Regens leider ins Wasser gefallen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und jetzt in Abu Dhabi beziehungsweise in Dubai im Vorbereitungstrainingslager sind wir einen Tag mal in die Stadt gefahren, richtig rein nach Dubai, haben uns mal das höchste Gebäude der Welt angeguckt und die Mall und alles. Also so gelegentlich schafft man es mal nicht immer, beziehungsweise nicht immer ist der Ort auch so reizvoll, dass man da sehr viel Zeit oder irgendwie auch Geld investieren will, sich was anzugucken. Aber wenn es sich lohnt, dann bin ich da auf jeden Fall dabei. Ja, ich war auch schon in Singapur. Was will man auch? Also an einem Tag, es ist halt so riesig die Stadt, da bist du ja eigentlich verloren. Aber ich habe mich auch gefragt, wie läuft so ein WTCS-Trip eigentlich ab? Also das wird ja organisiert von der Deutschen Trello Union und das ist aber nur das Event an sich. Also das ist jetzt nicht so, sage ich mal, so ein Funclub, wo man noch sagt, davor und danach machen wir noch so ein bisschen Spaß. Oder wie kannst du uns da mal vielleicht so einen Einblick geben? Die Weltserie ist ja die höchste Ebene, die wir als Kurzdistanztriathleten bestreiten können und die wird komplett vom Verband organisiert und bezahlt. Meistens ist es so, dass der Verband so einen groben Reisezeitplan uns vorgibt. Also meinetwegen, das Rennen ist jetzt auf Bermuda Sonntagnachmittag gewesen. Dann sind wir, ich glaube Mittwoch sind wir angereist, sodass wir Mittwochabend mit der Zeitumstellung dann auf Bermuda angekommen sind, weil wir hatten vier Stunden Zeitumstellung und man sagt ja pauschal, der Biorhythmus kann sich eine Stunde am Tag anpassen. Das heißt, wir waren so da, dass die Startzeit für unseren Biorhythmus dann in einer guten Zeitphase lag. Und da das Rennen Sonntagnachmittag war, haben wir nicht den Rückflug Sonntagabend genommen, sondern sind halt erst Montagabend zurückgeflogen. Und diese Reisedaten, also wann es hingeht und wann es zurückgeht, legt eigentlich meistens der Verband fest. Also das ist dann schon mit dem Trainerteam immer abgesprochen und die Trainer können dann auch mal sagen, sie würden vielleicht da lieber einen Tag früher oder da lieber einen Tag später hin. Und wir Athleten können dann eigentlich eine persönliche Präferenz angeben, von welchem Flughafen wir reisen wollen. Und ja, also das ist, wenn man das in die Weltserie geschafft hat, ist das eigentlich relativ entspannt, weil es wird einem sehr viel Arbeit abgenommen, weil halt alles organisiert ist. Und darunter bei den Europa Cups, da ist es dann alles Selbstorganisation. Genau, Europa Cups und Welt Cups ist alles Selbstorganisation und zum Teil auch alles selbst finanziert. Und das war zum Beispiel in Singapur so, da habe ich meine Reise selber organisiert. Und demzufolge war mir dann halt auch das möglich, den einen Tag länger zu bleiben, weil ich das halt dann für mich so entschieden habe. Aber oft ist natürlich dann auch so, gerade bei jüngeren Athleten, die sagen dann, naja, wir fliegen halt doch irgendwie so knapp, wie es geht, vor dem Rennen hin und nach dem Rennen auch dann wieder zurück, weil es auch einfach eine Kostenfrage ist, halt immer noch ein paar Tage länger zu bleiben. Und man auch sehen muss, wenn man so viele Rennen macht, wenn man bei jedem Ort noch ein, zwei Tage länger bleibt, sind das natürlich auch immer Trainingstage, die verloren gehen. Also da muss man immer so ein bisschen abwägen, wo bleibe ich vielleicht länger, wo lohnt es sich für mich, wo bin ich gerade im Saisonverlauf, das sind alles so Sachen, die zu beachten sind dann. Ja, man sagt ja, Studienjahre sind keine Herrenjahre. Wie läuft das denn bei dir? Also hast du Partner, Sponsoren? Glücklicherweise ja. Also ich habe natürlich jetzt durch meinen Kaderstatus viele Jahre die, Gott sei Dank, die Möglichkeit auch durch die Sporthilfe unterstützt zu werden. Da bin ich im Top Team Future, wo man monatliche Förderung bekommt und dann kann man noch Förderung beziehen dafür, dass man studiert. Und ich habe dann auch noch andere Sponsoren, die mir finanziell unter die Arme greifen, sowohl, ja, dass man halt sich monatlich über Wasser halten kann, als auch, dass man natürlich Reisen und Material und alles abdecken kann. Das sind dann aber auch private Sponsoren. Also das hat jetzt nichts mit dem Verband oder Kader etc. zu tun, sondern es ist einfach nur, was du quasi dir aufgebaut hast. Ja, das ist privat. Also bei mir ist noch viel lokal, also was halt früher hier in meiner Heimatstadt irgendwie gewachsen ist. Da sind die Leute mir immer noch treu, wo ich sehr, sehr dankbar für bin. Und ich starte ja auch immer noch für meinen Heimatverein. Also da ist immer noch auch ein großer Bezug für mich da. Und jetzt natürlich dann mit steigendem Erfolg und vielleicht auch mit zunehmender Bekanntheit ist es dann halt auch möglich, bei irgendwelchen größeren Firmen dann einen Fuß reinzubekommen und dort dann Material oder sowas zu beziehen. Das heißt, also auf der Langdistanz ist es ja immer auch, das hatten wir jetzt in allen Gesprächen, es ist halt wirklich ein krasser Struggle, halt Partner ranzubekommen, die einen unterstützen, gerade auch finanziell, nicht nur mit Material. Das heißt also bei dir ist es eher jetzt gar nicht so ein akutes Thema, dass du jetzt irgendwie, wie man so schön sagt, auf Kaltakquise gehen musst und so mit deiner Mappe sozusagen guckst, wo kann ich denn noch Partner finden, sondern eben auch da noch auf langfristige Lokale sozusagen Partnerschaften auch noch bauen kannst. Ja, so kann man das sagen. Also ich habe da wirklich, ich bin da sehr, sehr zufrieden, wie ich aufgestellt bin, dass es auch über viele Jahre jetzt schon ist, dass die Leute mir treu sind und vor allem halt auch so die Entwicklung von mir sowohl als Mensch als auch als Athletin mit unterstützt haben. Und ich finde auch, dass man bei Partnerschaften auch gerade immer gucken sollte, dass man, natürlich sagt sich das immer leicht, wenn man gut abgesichert ist, aber grundsätzlich finde ich gerade auch beim Material und so ist es wichtig, dass man auch nur seine Partnerschaft mit Firmen eingeht, wo man hinter dem Material steht, weil schlussendlich muss man damit im Wettkampf performen. Und wenn ich dann XY eingegangen bin und es passt mir eigentlich nicht, dann, ja, also das ist so meine Prämisse dabei, dass ich auch wirklich dann nur mit Firmen oder mit Leuten zusammenarbeiten möchte, wo ich auch voll dahinter stehe. Und da lässt euch der Verband aber auch die freie Wahl sozusagen? Oder gibt es da auch bestimmte Kriterien? Wir haben schon grundsätzlich die freie Wahl, mit wem wir zusammenarbeiten. Es wird dann eher schwierig, wenn es darum geht, beispielsweise man möchte jetzt einen Schuhsponsor haben und man möchte das Logo auf dem Deutschland-Einteiler tragen. Es ist halt so, dass auf dem Deutschland-Einteiler zurzeit ein Schuhsponsor ist und auch eine andere Marke im Bekleidungssektor vertreten ist und dass dann der Verband halt Exklusivverträge mit den Verbandssponsoren geschlossen hat und dass es dann uns Athleten leider nicht erlaubt ist, halt dann unser eigenes Logo drauf zu drucken. Das ist an einigen Stellen, sag ich mal, sorgt das schon für gewisses Diskussionspotenzial. Das ist natürlich immer aus zwei Seiten zu sehen. Wenn man als junger Athlet anfängt, profitiert man natürlich unheimlich von den Sponsoren, die der Verband einen irgendwie zur Verfügung stellt oder wo man Material beziehen kann. Wenn man halt noch nicht so gut aufgestellt ist, freut man sich über jedes Paar Laufschuhe, was man irgendwie kostenfrei beziehen kann. Wenn man dann natürlich irgendwo ein etwas höheres Level erreicht und man ist selber in der Position, vielleicht Partnerschaften mit Firmen einzugehen, ist das natürlich etwas, was ein bisschen hinderlich ist. Und ich glaube, das ist so extrem viel Fingerspitzengefühl von Verbandsseite, aber auch als Athlet irgendwie erfordert, dann dort einen guten Kompromiss zu finden, wie man das dann vereinbaren kann. Geht das dann auch über den Anzug, den Treesuit hinaus, also auf Social Media Website? Und seid ihr dann auch ein bisschen limitiert? Geht nur auf dieses klassische Anzug-Thema. Aber für uns ist das natürlich so, das ist die Bekleidung, die ich halt im Wettkampf trage. Und da ich kaum andere Rennen mache als im Nationalmannschaftsanzug, ist das halt sozusagen einfach meine Arbeitskleidung. Und auf der Arbeitskleidung wäre es dann natürlich schon gut, wenn man dann auch seine persönlichen Sponsoren repräsentieren kann, kann man natürlich aus Firmenseite absolut auch nachvollziehen. Aber was jetzt irgendwie meine Posts auf Social Media angeht oder so, da kann ich frei verfügen darüber, wen ich präsentieren möchte. Ja. Du sprichst es an, Social Media. Ich habe mir hier ein Datum rausgesucht, und zwar der 8. April 2022. Da tauchte der erste Post auf einmal von Lena Meißner auf. Wieso und warum erst zu dem Zeitpunkt? Ja, also eigentlich hatte ich immer die Hoffnung, dass ich nie Social Media haben werde, weil das etwas ist, was weiß nicht, ob es mir mittlerweile Spaß macht. Ich habe es für mich so akzeptiert, dass es Teil des Jobs ist, dass es dazugehört, dass es eine Plattform ist, um Partnerschaften gut zu repräsentieren. Das, warum ich es nicht früher hatte, ist tatsächlich, glaube ich, einfach so, weil ich bin in einer Kleinstadt aufgewachsen und hatte immer eine Trainingsgruppe, in der das nie Thema war, so Social Media. Also bei uns, es hatten zwar einige, aber es wurde nicht aktiv irgendwie genutzt. Und auch mein alter Trainer ist noch ein Trainer der alten Schule, der damit auch gar nichts irgendwie am Hut hat. Und demzufolge war das in meiner Jugend halt nie ein Thema. Aber ich glaube so, die meisten Leute machen sich das mit 16, 17 und da hatte ich es halt nicht. Und dann irgendwann war für mich so der Punkt, dass ich mir dachte, ach, der Zug ist jetzt irgendwie abgefahren. Jetzt mit Anfang, Mitte 20 muss ich das auch nicht mehr machen. Also jetzt ist das auch so ein bisschen peinlich, jetzt damit zu starten. Aber dann tatsächlich habe ich gedacht, ach komm, dieses Jahr ist jetzt vielleicht einfach ein guter Zeitpunkt, das jetzt zu starten. Man muss ja nicht sein ganzes Leben dort repräsentieren, aber man kann tatsächlich, glaube ich, ein paar ganz coole Einblicke geben, was man so vielleicht mal macht, was man privat auch mal irgendwie macht, wo man im Urlaub ist. Aber ich übertreibe es jetzt da auch nicht mit meiner Aktivität. Ich würde sagen, man muss da so ein bisschen jeder seinen gesunden Rahmen finden. Für mich ist es nicht authentisch, wenn ich jetzt da jeden Tag posten würde, weil das bin nicht ich. Aber so regelmäßig habe ich mir vorgenommen, dass da auch zukünftig mehr kommt. Ja, also das ist, glaube ich, das kann man jetzt gar nicht so auf ein, zwei Fragen unterbrechen. Es ist, glaube ich, ein sehr, sehr komplexes Thema. Was mir dann in den Sinn kommt, ist das Stichwort Privileg. Weil, wie gesagt, wir hatten jetzt schon viele Talks hier mit Langdistanz-Sportlerinnen, Sportlern. Und da ist es nun mal so, dass anscheinend heutzutage, also wenn du das nicht hast, dann kannst du eigentlich den Sport nicht aktiv ausleben, weil das braucht es einfach nicht. Nicht nur die Website, sondern auf Social Media. Du musst halt wirklich die Partner und auch die Community abholen einfach, sonst geht es nicht. Und da finde ich auch immer wieder zu hören, auch gerade, wenn ich hier mit der Katharina Möller oder mit den Simon Hensler gesprochen habe, dann hört man das schon raus, dass es so gesehen auch ein Privileg schon ist, dass ihr das auch nicht machen müsst unbedingt, sage ich mal nicht, weil es ist halt auch ein krasses Zeitinvestment. Und gerade, wenn man, so wie du vielleicht sagt, wo ich da raushöre, vielleicht nicht unbedingt so viel Lust intrinsisch hat, dann kann man auch fast schon dankbar für sein, dass man da nicht ständig was machen muss. Total. Also, wobei ich auch für mich selber gemerkt habe, jetzt in dem Jahr, wo ich jetzt doch angefangen habe, mit ein paar Firmen mal aktiv in den Kontakt zu treten, dass Social Media doch für einige wirklich ein Ding ist, dass sie dann sagen, okay, vielleicht kannst du das Produkt taggen, wenn du es benutzt oder irgendwie so. Und ich muss auch sagen, ich finde es total legitim, dass das auch verlangt wird. Also, natürlich ist es so, dass mir es nicht so einfach fällt, das zu machen, aber ich finde es von Firmenseite legitim, dass sie sagen, wenn du jetzt die und die Brille aufhast, dann kannst du das Produkt ja gerne irgendwie kenntlich machen. Und man hat halt ansonsten einfach wenig Möglichkeiten, den Sponsor halt zu repräsentieren. Und ich glaube, mit so einem Foto, man sagt ja auch oft, ein Foto sagt mehr als tausend Worte, ist es dann tatsächlich doch manchmal einfacher, den Firmen irgendwie dann so eine Art Gegenwert zu geben, dass die anderen Leute halt sehen, okay, man wird von der und der Firma unterstützt. Aber ich würde sagen, in der langen Distanz ist es natürlich noch viel wichtiger, weil da steht halt kein Verband dahinter. Und wir sind natürlich zum Großteil auch irgendwie durch den Verband und durch Bundesmittel abgesichert. Demzufolge ist sicherlich der langen Distanz dort der Stellenwert für Instagram und so einfach noch viel höher. Also ich höre so ein bisschen raus, also es wurde dir wahrscheinlich auch so ein bisschen nahegelegt, dann mach doch vielleicht mal so ein bisschen noch Social Media, könnte ich mir vorstellen. Ja, von vielen Seiten. Also seit ich nach Saarbrücken gezogen bin vor drei Jahren, werde ich da regelmäßig von, also mein alter Trainer Christian Weimar, der hat mich da regelmäßig im positiven Sinne bearbeitet. Ich habe gesagt, komm Lena, du musst da jetzt starten und komm, komm, komm. Und jetzt dieses Jahr war es so, dass ich dann ja die Super League in München mitgemacht habe. Und da habe ich gedacht, okay, das ist ein guter Zeitpunkt, weil bei der Super League, die schießen immer ganz coole Bilder. Dann hat man auch ein, zwei Bilder, die man gleich zum Anfang posten kann. Und ja, dann ist das der Start. Eigentlich wollte ich schon im Trainingslager in Girona starten, drei Wochen davor, aber wir hatten drei Wochen Dauerregen, sodass wir das Handy, glaube ich, nicht einmal rausgeholt haben, um irgendein Foto zu machen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich vertage meinen Start jetzt noch ein bisschen. Und dann ja, bei der Super League in München ging es dann online. Ja, und machst du das dann alles selber? Ja, also zusammen mit meinem Freund mache ich das alles. Also ich sage dann oft mal, komm, kannst du jetzt noch mal ein Foto machen? Kannst du mal filmen? Genau, kannst du jetzt mal filmen? Dass man dann einfach ein bisschen, also diese Materialbestaffung ist für mich eigentlich das Schwierigste, weil es ist natürlich oft so, dass ich alleine beim Training irgendwie unterwegs bin oder vielleicht mit einer Kameradin. Aber dann ist es natürlich nicht so, dass wir jetzt die Ausfahrt machen, um irgendwie Bilder zu machen. Dann wird die Ausfahrt halt gemacht, um zu trainieren. Und man sieht dann auch nicht immer so aus, dass man das vielleicht zeigen möchte, wenn man da irgendwie Intervalle macht und man ist komplett am Limit. Dann ist das auch nicht immer das, was man dann repräsentieren möchte. Aber für mich ist es oft am schwierigsten, halt Fotos zu haben oder Material zu haben, was man dann halt auch posten kann. Und dann, dass man halt immer so auf externe Hilfe angewiesen ist, finde ich manchmal halt ein bisschen schwierig. Ja, verstehe ich. Ja, es lenkt auch vielleicht dann einfach vom Wesentlichen ab. Jetzt haben wir, okay, jetzt hast du so ein paar Bilder, kann man von dir sehen. Man weiß ja auch, dass du in Saarbrücken trainierst und Buschhütten-Flagge startest. Ich dachte mir, vielleicht machen wir noch so ein paar andere Funfacts, die man dann dir zuordnen kann. Ich habe mir so sieben Entweder-Oder-Fragen mal überlegt und würde damit einfach jetzt mal starten. Also, Early-Bird-Schwimm-Set oder Auftaktlauf? Early-Bird-Schwimm-Set. Okay. Gezwungenermaßen oder weil du es auch möchtest? Ich liebe es, vor dem Frühstück hart zu schwimmen. Ah, okay. Und ich bin überhaupt nicht die Person, die gerne abendschwimmen geht. Ich finde es total genial, wenn ich das morgens abhake, weil ich den Gang in die Schwimmhalle nicht so cool finde immer. Und wenn das dann für den Tag weg ist, bin ich da immer total erleichtert. Okay, dann ist die zweite Frage eigentlich schon beantwortet. Ob du die erste Session dann nüchtern machst oder erst mal frühstückst? Ich würde sagen, ein kleiner Snack. Ein kleiner Snack. Was ist das dann? Nutella-Brot. Ah ja, okay. Klassiker. Rad draußen mit voller Montur fahren oder Rolle? Draußen mit voller Montur. Okay. Vor dem Start, bist du da selbstbewusst oder eher hinterfragend? Eine Mischung aus beidem. Wenn kein Training ansteigt, bist du dann produktiv oder nichtstuend? Kommt drauf an. Also ich mag es auch mal gerne, dann mal in Anführungszeichen die ersten zwei Stunden nichts zu tun und dann produktiv zu sein. Langeweile ist das Stichwort. Man ja allzu selten heutzutage. Ja, ich würde sagen, ich kann es besonders gut, wenn das Wetter schlecht draußen ist. Wenn das Wetter gut ist, dann tue ich mich damit schwer. Ja. Und bist du jemand eher, der dann, wenn nichts ansteht, eher die Nähe von den anderen sucht oder auch mal gerne alleine ist? Eher alleine. Ja, okay. Und wenn wir jetzt dein Zukunfts-Ich mal in zehn Jahren uns betrachten, kannst du da schon mal reinfühlen, bist du dann Profisportlerin auf der Langdistanz oder hast du dann gar nichts mehr professionell mit Sport zu tun? In zehn Jahren hoffe ich, dass ich, das heißt hoffe ich, aber sehe ich mich nicht mehr aktiv auf der Langdistanz, sondern hoffe, dass ich den Transfer geschafft habe vom Sport in den Berufsalltag und vielleicht sogar schon angefangen habe, mir eine Familie aufzubauen. Ja, sehr interessant. Okay. Letzte Frage noch dazu. 30. Juli 2024. Saarbrücken oder Paris? Paris. Ja, Lena, bevor wir hier kurz den Schwenk noch zu Olympia machen, ich habe mir gedacht, oder ich habe mir überlegt, machen wir jetzt nochmal irgendwie so eine Art kleine Mini-Kompaktschule, weil Verband, Kaderstatus, es gibt verschiedene Kader, ist glaube ich zu komplex alles und ich dachte mir, es gibt da auch so ein Kadersystem, kompakt erklärt, das kann ich ja mal in die Shownotes der Folge dann hier reinsetzen, das ist so ein mehrseitiges Skript, aber vielleicht nochmal kurz da eingehakt, ich glaube, du bist jetzt im Perspektiv-Kader. Für 2022 ja, theoretisch habe ich jetzt durch das WM-Finale in Abu Dhabi die Norm für den Olympia-Kader erfüllt, aber wir haben gerade vor zwei Tagen die Information bekommen, dass es gerade noch Probleme gibt beim DOSB, weil wir haben 33 Athleten, die die Kader-Norm erfüllt haben für nächstes Jahr, aber der DOSB möchte, dass der Verband nicht über die Kader-Obergrenze von 30 Athleten hinausgeht, demzufolge ist der Verband jetzt gerade auf der Suche nach Lösungen, wie sie hoffentlich irgendwie die Athleten, die hinten runterfallen werden, dann absichern können finanziell. Also ich kann mir vorstellen, als du die Info bekommen hast, dass du ja nicht begeistert warst, also das ist ja, du hast, ich habe das nämlich auch gesehen, gelesen hier, ich wollte mich fragen, wann kann denn jetzt der Status dann geswitcht werden, ich glaube bis Rangliste Platz 10, gehört dieser Olympia-Kader-Status, wäre ein Kriterium sozusagen. Genau, also ich habe den, ich musste beim WM-Finale Top 8 machen, um den Olympia-Kader zu erfüllen oder halt über die Gesamtwertung der WM-Serie muss man Top 12 machen. Ja, also ich finde, das ist super schade für den deutschen Sport einfach, dass wir 33 junge Athleten und Athletinnen haben, die keine einfachen Normen erfüllt haben und jetzt kommt man gesagt, man muss irgendwie versuchen, drei Leute da rauszuschmeißen. Also das ist jeden, für jeden, den es treffen wird, ist es total niederschmetternd und weil damit hängen ja auch immer irgendwelche Privilegien zusammen, mit einem Kader-Status kann man am Olympia-Stützpunkt zur Physiotherapie gehen, man kriegt vielleicht irgendwie Unterstützung von der Laufbahn, Beratung und sowas alles. Also von dem Olympia-Kader-Status sozusagen? Na generell vom Kader-Status, ne? Also wenn ich einen Kader-Status habe, dann habe ich Anspruch auf Physiotherapie und so kleine Privilegien, die natürlich das Sportleben angenehmer machen und ja, einfach helfen. Und wenn man die halt dann nicht hat, ist es super schwierig. Und ich bin gespannt, wie der Verband das lösen wird, da eine Lösung zu finden, dass die drei Leute, die hinten runterfallen werden, dann auch hoffentlich sehr gut abgesichert sein werden. Kann man das so runterbrechen, der Unterschied zwischen dem Perspektiv-Kader und dem Olympia-Kader-Status für dich jetzt konkret, was würde das bedeuten? Für mich bedeutet das, dass ich ein bisschen mehr Geld bekomme von der Sporthilfe im Monat. Das ist aber eigentlich nicht riesig viel. Und wir haben vom Verband so ein Budget, nennt sich das. Damit können wir Trainingslager abdecken und Weltcups. Und das Budget ist auch ein Stück höher als beim Perspektiv-Kader. Aber ansonsten habe ich jetzt keine großartigen, anderweitigen Vorteile. Wisst ihr eigentlich schon, ich habe mal ein bisschen gegoogelt, recherchiert, da stand immer so der 30. und 31. Juli. Wisst ihr schon, an welchem Tag euer Renn ist? 20, 24? Oh, das kann ich dir nicht sagen. Kann ja sein, dass du schon über dein Bett so eine Zahl angeklebt hast und alles darauf ausgerichtet ist. Aber das wäre auch die Frage, was macht das mit dir? Wenn du dieses Datum und dieses Schlagwort hörst, Olympia. Ich würde sagen, es ist natürlich extrem groß. Ich habe 2021 die angesprochene Olympia-Quali in Kienbaum damals schon mitgemacht. Leider knapp gescheitert, war Ersatzathletin. Und im Nachhinein hat mich das tatsächlich irgendwie mehr mitgenommen, als ich damals gedacht habe. Also ich war echt so niedergeschlagen und alles. Und habe dann schwer für mich wieder so richtig in die Motivation reingefunden. Und demzufolge habe ich jetzt für mich eigentlich beschlossen, dass dieses große Ding Olympia zwar natürlich ein großes Thema im nächsten Jahr ist, aber dass das jetzt nicht über allem schweben soll. Sondern ich möchte einfach halt die Lust und den Spaß am Sport beibehalten und möchte eine kontinuierliche Leistungsentwicklung erzielen. Und wenn ich das schaffe, glaube ich, bin ich beim Test-Event dann in Paris gut aufgestellt. Und das ist für mich das Ziel, dass ich da irgendwie mit einem Lächeln an der Startlinie stehe und denke, ich habe jetzt einfach große Lust auf den Wettkampf. Ich bin gut vorbereitet. Ich habe alles gemacht. Und dann kann ich mir auch nichts vorwerfen, was dann halt bei rauskommen wird. Woran lag das, dass du im Nachhinein vor allem dann so ein bisschen enttäuscht warst nach Tokio? Es war, natürlich wusste man, dass dieses Szenario eintreffen kann. Aber es war dann so dieser Tag, auf den man so lange hingearbeitet hat damals, diese Olympia-Qualien Chiemenbaum. Danach war so eine richtig große Leere in mir, weil wir haben so viel optimiert im Hinblick. Es war ja dieses Zeitfahren im Hinblick auf Material beim Fahrradfahren und alles. Und da noch bis zwei Tage vorher am Fahrrad rumgeschraubt und alles. Und es war so stressig, diese Periode. Ich habe da so viel Geld, Zeit und Nerven versenkt in diesem Test. Und ich möchte einfach diesen innerlichen Stress nicht mehr haben, dass wirklich bis zwei Tage vorher irgendwie immer noch Sachen unklar sind, immer noch an Sachen optimiert wird. Und ich glaube, als das dann alles abgefallen ist, dieser Stress plus die Enttäuschung, dass man es nicht ganz geschafft hat, das hat so für dieses Gefühl der Leere gesorgt. Und dann war es schwierig, sich kurzfristig dann neue Ziele zu setzen. Was möchte ich jetzt dann irgendwie in der Saison noch erreichen? Weil der Test war Mitte Mai und das ist ja im Triathlon noch super früh. Und dann habe ich schon so ein, zwei Monate halt gebraucht, bis ich wieder gewusst habe, okay, das und das möchte ich jetzt wieder machen und die Rennen möchte ich wieder irgendwie, daran möchte ich wieder teilnehmen. Ja. Und jetzt habe ich gesehen, du bist ja jetzt Platz 10 im offiziellen Ranking, Olympia-Ranking. Ja. Also du überwinterst sozusagen auf Platz 10, das ist ja schon mal nicht schlecht. Ja, das ist sehr komfortabel, würde ich sagen. Also das habe ich zu Beginn des Jahres definitiv nicht für möglich gehalten. Hättest du es so unterschrieben auf jeden Fall. Ja, absolut. Ja. Ganz kurz, einmal den Quali-Modus. Es ist, finde ich, also, ich glaube, für so ein Langdistanz-Theatrier, der sich jetzt nicht täglich damit auseinandersetzt, ist es auch nicht wirklich nachzuvollziehen. Aber kannst du uns mal kurz abholen, was du jetzt erreichen müsstest, um da wirklich dann in Paris starten zu dürfen? Wir haben nächstes Jahr zwei wichtige Wettkämpfe. Das ist das Test-Event in Paris und das ist das WM-Finale in Spanien. Und bei diesen beiden Wettkämpfen wird die Qualifikation für Paris ausgetragen. Beim Test-Event ist es so, dass die besten zwei Damen fahren, insofern die unter den Top 8 sind. Sollte das eintreten, muss man trotzdem noch unter den Top 30 im Olympia-Qualifikations-Ranking sein. Weil diese Top 30 im Olympia-Qualifikations-Ranking ist international so, wenn man dort möglichst viele deutsche Frauen drin hat, bekommt man halt drei Startplätze bei Olympia. Und demzufolge ist diese Top 30 so eine magische Zahl, wo wir halt drin sein sollten, um halt auch drei Plätze für Deutschland zu haben. Und darüber hinaus kann noch ein Platz weggehen beim Test-Event. Ich glaube, dort ist es dann die beste Frau insofern auch wieder unter den Top 8. Also es ist möglich, dass nächstes Jahr drei Frauen sich qualifizieren können für Olympia. Und wie ist es für dich intern? Also es ist ja jetzt, sag ich mal, ja, es ist ja klar so ungefähr, wer könnte sich qualifizieren, nicht? Also ich glaube, die Annabelle Knoll und die Laura Linner sind ja jetzt im Olympia-Kader. Und dann gibt es noch dich, dann die Lisa Terzsch, die Nina Eim und den habe ich noch vergessen. Marlene. Marlene noch. So, das ist ja so ein bisschen mehr der Kreis, wo es drauf hinauslaufen könnte. Wie ist denn das? Gibt es da so einen Konkurrenzkampf? Tatsächlich würde ich sagen, dass wir unter uns Mädels zusammen mit Annika Koch, die da auch noch mit rein zählt, sind wir wirklich sieben deutsche Mädels, die ein extrem hohes Leistungsniveau haben, alle sehr eng beieinander sind. Aber gerade über dieses Jahr, glaube ich, haben wir es seit langer Zeit geschafft, dass auch so eine Art freundschaftliches Verhältnis zueinander existiert. Also wir haben wirklich eine coole Zeit bei den Rennen, wenn wir zusammen unterwegs sind und jede kann auch gönnen. Ich glaube, das ist extrem wichtig in der Situation, in der wir uns befinden, weil jede weiß, was immer für Arbeit hinter so einem Ergebnis steht. Aber natürlich ist es so, dass der Druck wächst, weil es können nur fünf Frauen beim Test-Event und beim WM-Finale starten. Wir sind jetzt sieben Frauen, die da zum erweiterten Kreis dazugehören. Das heißt, erstmal der interne Konkurrenzkampf, um überhaupt an dem Tag X dann auch an der Startlinie zu stehen, ist groß. Und dann natürlich, wenn man das erste kleine Zwischenziel erreicht hat, überhaupt an der Startlinie zu stehen, ist es natürlich so, dass es dann extrem starke Konkurrentinnen auch im Rennen sind. Aber ich würde sagen, dass dieser Konkurrenzkampf uns natürlich auch alle irgendwo auf ein höheres Level geholt hat, weil wir wollen alle an der Startlinie stehen und jede von uns macht die Hausaufgaben gut und das bringt uns am Ende auch alle voran. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig rausgehört habe, aber du meintest so, dieses Jahr sozusagen habt ihr das so geschafft. War das vorher so ein bisschen anders, dass ihr da vielleicht hier und da, was ja auch für euch menschlich ist, eigentlich mal nicht immer nach Hause gekommen seid? Davor die Jahre war es ja doch auch so durch Corona, dass man sich nicht so häufig gesehen hat. Also 2020 haben wir uns ja... Vergiss man immer schon wieder nicht mit Corona. Ja, 2020 haben wir uns eigentlich alle mehr oder weniger gar nicht gesehen. Und dann 2021 war es natürlich so, dass durch die Olympia-Qualifikation schon irgendwo Druck im Kessel war. Also Richtung Mai, da war es angespannt. Und dann danach war es wirklich so, dass der Druck bei allen irgendwie raus war. Und einige haben es dann super gut geschafft, ja gleich wieder zum nächsten Rennen zu fahren und da gut abzuliefern. Andere, wie vielleicht ich, haben erst mal ein bisschen sich eine Pause genommen und sind dann erst später in die Saison wieder eingestiegen. Aber dort hat man auch schon gemerkt, dass der Zusammenhalt eigentlich besser wird. Und gerade jetzt, wenn man so regelmäßig mal auch gemeinsam ins Trainingslager fährt, wo man sich auch mal kennenlernt, richtig gut außerhalb von dem ganzen Wettkampfstress, fördert das so das freundschaftliche Klima in der Mannschaft. Ja. Wie ist denn das jetzt eigentlich so... Jetzt hast du eigentlich mal eine verdiente Pause. Also mal ein bisschen Abspann. Und dann kann ich mir vorstellen, dass du auch nach dem Rennen jetzt gerade nochmal mit deinen Trainern im Austausch warst. Wie redet denn ja jetzt auch darüber, was jetzt vielleicht auch so nächstes Jahr passiert? Auch gerade das Stichwort so einfach dein Potenzial sozusagen. Wie ist denn da so gerade so der Status Quo? Wir haben uns einmal getroffen, bevor ich dann in den Urlaub gefahren bin, bei meinem Trainer zu Hause. Und haben zusammen so ein bisschen gefrühstückt, Tee getrunken und uns dann mal grob den Plan von den Terminen Richtung nächstes Jahr angeguckt. Dann mal so ein bisschen gesprochen, was er sich so trainingsmethodisch jetzt in den ersten paar Monaten vorstellen könnte. Ob das mit meinen Vorstellungen konform geht. Und ja, schlussendlich, um das Potenzial zu entfalten, ist es für uns eigentlich so, dass man den Weg, den wir jetzt angefangen haben zu gehen, weitergehen wollen. Weil im Prinzip ist es dann ja ein Prozess. Also wenn man wirklich einige Sachen, wo man weiß, die funktionieren, wenn man die kontinuierlich irgendwie wiederholt und macht, dann kommt über die Zeit da schon eine Entwicklung. Und das ist eigentlich für uns so, dass wir jetzt gesehen haben, okay, was hat dieses Jahr vielleicht ganz gut funktioniert, was hat nicht so funktioniert. Und dann haben wir unsere Schlüsse daraus gezogen, wo wir halt den Fokus dann in Richtung nächstem Jahr drauflegen wollen. Lena, wir kommen lange zum Schluss. Ich habe hier noch drei schnelle Fragen gleich. Eine Sache würde mich noch interessieren. Jetzt hast du ja sozusagen, mehr oder weniger würde es ja einmal auch in den Mund gelegt haben, sozusagen diesen Durchbruch auf der internationalen Bühne sozusagen geschafft. Und jetzt nochmal intern, so euer Konstrukt mit dem Trainer, mit dir. Das ist ja schon absehbar, dass die Wettspitze möglich ist. Und wie redet denn ihr darüber, ob das jetzt eher so, ist es jetzt ein Ding, was wirklich du quasi für dich verfolgen musst, weil du auch bestimmte natürlich dann Stellschrauben drehen musst? Und oder kommen da natürlich dann auch externe Faktoren dazu, wie zum Beispiel, dass man auch ein bisschen abhängig ist von anderen halt einfach so, wie sich da auch das Leistungspotenzial der anderen entwickelt? Also ist es dann eher so, dass man auch viel nach außen guckt oder eher nur bei dir bleibt? Kannst du uns da mal so ein bisschen abholen? Bis zum ersten Saisonrennen ist es natürlich so, dass man jetzt erstmal bei sich bleibt. Also jetzt über den Winter, ich meine jetzt im Januar und im Februar geht es darum, dass man für sich erstmal eine gute Grundlage schafft. Und da kann man, glaube ich, nicht so viel falsch machen unbedingt. Und dann das erste Saisonrennen wird natürlich irgendwo so ein bisschen zeigen, in welche Richtung es geht. Aber wir haben jetzt eigentlich im Sport oder im Triathlon grundlegend gesehen, in welche Richtung es sich jetzt die letzten Jahre entwickelt hat. Dass es sehr schwimmen- und radlastig geworden ist, weniger lauflastig. Und dass das einfach durch die Athletinnen, Taylor Nip, Flora Duffy, dass die einfach den Rennen, den Stempel aufdrücken. Und die sind nächstes Jahr aktiv. Das heißt, man weiß grob, in welche Richtung es gehen wird. Und demzufolge ist das so das, was wir weiter verfolgen. Aber wir gucken jetzt da nicht unbedingt super viel nach außen oder so, sondern es geht für uns, dass wir unseren Plan haben, dass wir unseren Plan durchziehen, bei uns bleiben. Und ich glaube, wenn man so viel äußeren Faktoren unterlegen ist, dann ist das eine zu große Ablenkung. Ich glaube, Daniel Unger meinte in dem Triathlon Pur-Magazin von Hadi Töne, dass irgendwie so um die 90 Sekunden im Laufen fehlen. Ist das aufholbar? Sicherlich nicht jetzt innerhalb von einem halben Jahr. Also das muss man auch so ganz realistisch sagen. Das weiß ich auch. Aber ich glaube, die Laufleistung, die kann man nicht so isoliert betrachten. Weil schlussendlich komme ich zum Laufen und ich habe eine Stunde 30 bei einer olympischen Distanz Wettkampfdauer schon hinter mir. Das heißt, es ist natürlich auch so, dass wenn ich ein höheres Radniveau habe und ein höheres Schwimmniveau habe, mir das natürlich auch hilft, dass ich mit mehr Körnern zum Laufen gehe. Also es ist nicht so, dass ich jetzt sagen kann, ich laufe jetzt 100 Kilometer die Woche und ich habe die 90 Sekunden zu, weil dann ist man verletzt und alles. Also ich glaube, man darf jetzt nicht, wenn man jetzt diese 90 Sekunden so sieht, darf man jetzt nicht anfangen, da irgendwie in Panik zu verfallen und denken, okay, das und das muss ich jetzt akut machen. Sondern wirklich, dass man sich in jeder Sportart weiterentwickelt. Das hilft einem dann im Endeffekt auch fürs Laufen. Und wie lange hast du jetzt noch Pause? Wie lange hast du frei bekommen? Ich habe drei Wochen frei gemacht. Also ja, letzte Woche war ich im Skiurlaub, also ein bisschen Aktivurlaub, sind auch eine Skitour gegangen und da war ich schon ein, zwei Mal laufen. Aber ich war jetzt die Woche das erste Mal wieder so richtig im Pool. Ja, aber es hat sich eigentlich gar nicht so schlecht angefühlt. Okay, das ist gut. Eine Frage fällt mir gerade noch ein, weil das auch öfters Thema ist. Verfolgst du eigentlich, also bist du eigentlich auch Fan vom Triathlon? Es gibt ja jetzt mittlerweile unzählige Livestreams. Du kannst dir auf YouTube die Probys angucken, natürlich dann oft nach langen Distanz natürlich auch. Man kann sich jetzt so viel Content reinziehen. Bist du da auch für empfänglich oder ist es eher, dass du davon Abstand hältst? Ich versuche eigentlich die Rennen zu verfolgen, so ein bisschen, wo Leute bei mir aus der Trainingsgruppe dabei sind. Also oft ist es dann leider so, dass es dann irgendwie ein Afrika Cup ist oder so, was ich jetzt dann nicht im Livestream gucken kann. Aber ich gucke dann so danach bei Triathlon Org halt mir die Ergebnisse an und langen Distanz gucke ich eigentlich wenig. Also ich habe die PTO-Rennen dieses Jahr mir angeguckt, weil das ist tatsächlich ein cooles Format. Das geht auch nicht so endlos lange. Aber ansonsten, wenn ich noch trainieren will und mir dann noch jedes Wochenende etlich viel reinziehe, dann wird das auch schwierig. Also ich würde sagen, mal jemand da, wo es passt, aber grundlegend eigentlich jetzt nicht übertrieben. Also ich sehe schon, so schnell wird man dich vielleicht nicht auf der langen Distanz-Szene dann sehen. Ja, ich habe großen Respekt vor allen Leuten, die das machen. Aber ich glaube, jeder, der mal kurz Distanz gemacht hat, weiß, wie cool das auch ist. Einfach dieses direkte Gegeneinander, dass man da wirklich auch so ein bisschen von der Renndynamik von anderen Leuten abhängig ist. Das finde ich einfach zurzeit super cool. Ich schließe es nicht aus, in kürzerer oder längerer Zukunft mal auch in 70.3 zu machen. Das ist so eine Distanz, die für mich noch irgendwie so überschaubar ist. Aber großen Respekt vor dem Ironman. Ich glaube, da spielen nochmal ganz andere Faktoren wie Ernährung und Stoffwechsel und so eine Rolle, die ich jetzt noch gar nicht überblicken kann. Aber so ein 70.3, glaube ich, kann man auch mit kurzes Trans-Training irgendwie überstehen. Ja, das sieht man ja sehr gut bei den ganzen Young-Gans, wie man so schön sagt heutzutage. Lena, ich habe noch drei abschließende Fragen hier. Ich habe hier so drei Karten. Und die beziehen sich einmal auf die Vergangenheit, auf das Jetzt und auf die Zukunft. Und da starte ich jetzt einfach mal. Wo sind wir jetzt hier? Gestern. Bei der Vergangenheit. Genau. Was haben dir deine Eltern beigebracht oder gesagt, was du nie vergessen wirst? Dass man immer bodenständig bleiben soll, egal wie erfolgreich man geworden ist und dass man nie vergessen sollte, wo man herkommt. Ja, sehr gut. Interessant. Das haben wir jetzt schon... Bist du nicht die Erste, die das sagt. Wie könnte dein Alltag ohne Arbeit aussehen? Früh aufstehen, in die Natur gehen, dort Zeit verbringen und ja, irgendwie... Wahrscheinlich würde ich mir trotzdem ein Hobby suchen, was mich erfüllt. Kommt dir da spontan was in den Kopf? Ich angle sehr gerne. Ich habe auch einen Angelschein. Also das ist was, was ich ganz gerne machen würde, wenn ich dann irgendwann wieder mehr Zeit habe. Ich würde unheimlich gerne mal wieder nach Norwegen in den Angelurlaub fahren. Mit Saisonpause im Dezember ist es nur leider ein bisschen schwierig. Aber das ist was, was ich in naher Zukunft mir sehr gut mal wieder vorstellen könnte. Ja, okay. Ja gut, so ein Hobby geht natürlich gar nicht einher mit dem Lifestyle sozusagen jetzt. Aber gut, vielleicht später dann. Okay, letzte Frage. Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst? Gibt es da was? Gute Frage. Ähm, da fällt mir spontan gar nichts ein. Kann ich dir auch eine andere Frage stellen. Ja, vielleicht. Und zwar hatte ich dir den Hadi gestellt. Nämlich, was hättest du gerne schon vor einem Jahr gelernt oder gewusst? Dass man seinen eigenen Weg verfolgen soll und dass man sich immer treu bleiben soll, dass man sich nicht von anderen Leuten Sachen einreden lassen soll, sondern man auf sein eigenes Gefühl hören sollte. Ja, okay. Ja, das lassen wir so stehen. Und damit würde ich sagen, ich bedanke mich für deine Zeit. Für die ausführliche Antwort, für das coole Gespräch. Und dann, weiß ich nicht, vielleicht sieht und hört man dich vor allem. Es gibt ja auch viele Podcasts mittlerweile. Tritt hat einen Podcast, hört man dich auch nochmal den einen oder anderen Podcast und dann bin ich sehr gespannt drauf. Also vielen Dank. Dankeschön auch, dass ich Gast sein durfte. Im Vergleich zu den vorherigen Talks waren das schon andere Perspektiven und Aussagen, oder? Ich meine, es ist nochmal so, dass die Kurzdistanz ein komplett anderes Game ist. Aber ich fand es schon spannend, wie sie auch zum Anfang die beiden Begriffe Hobby und Beruf mehr oder weniger im selben Atemzug benutzt hat. Und du hast es vielleicht schon ausgehört, dass Lena sich zumindest Stand heute nicht so ganz in dieses klassische Profisportler-Dasein einordnet und vielleicht doch vor allem nicht auf lange Sicht. Und ich fand auch hier sehr spannend, den Aspekt mit dem, ich würde es mal so als, ja, Korsett ist eigentlich das falsche Wort, so als Rüstung der DTU bezeichnen, dass das einerseits natürlich einen Schutz gibt und gleichzeitig einen aber auch schon einengen kann, wenn man dann eben schon die nächsten Steps gegangen ist und gewisse Leistungspotenziale erreicht hat und sein eigenes Setup aufbaut, dass man hier natürlich auch schon genau gucken muss, welche Partner kann man wie ins Boot holen. Weil eben Social Media und Co. natürlich dann auch irgendwie bedient werden müssen und sollen. Naja, auf jeden Fall hatte ich das Gefühl, dass Lena hier mit ihren Mitte 20, trotz der Zweifel, wie sie auch selbst zugegeben hat, schon sehr, sehr gefestigt ist mit ihrem ganzen Setup und da einen sehr überlegten und durchdachten Auftritt hingelegt hat. Und das klingt vielleicht ein bisschen klischeehaft, aber so könnte natürlich eine gesunde Einstellung zum Profisport, der sehr, sehr viel mit sich bringt und auch abverlangt, könnte natürlich auch so aussehen. Aber ich meine, es ist schon klar, wie immer geht hier natürlich auch und das meinte ja Lena, dass man das natürlich sehr, sehr individuell und persönlich betrachten muss. Und das soll an dieser Stelle auch eher so eine Art, ja, Feststellung von mir als Filmbewertung sein. Yo, last but not least, wenn du noch was Gutes tun willst in den letzten Tagen dieses Jahres, dann löst doch das Steady-Abo für den Watteslos-Podcast, um dieses Format hier zu unterstützen. Für, ja, für knapp 5 Euro bist du auf jeden Fall schon dabei. Link findest du in den Show Notes. Und dann wünsche ich dir jetzt einen guten Rutsch, ja, wenn du bei einem der zahlreichen Silvesterläufen am Start sein solltest, dann auf jeden Fall natürlich eine stabile Zeit und dann sehen wir uns, nee, Quatsch, naja, sehen vielleicht auch, aber erstmal auch hören. Dann hören wir uns 2023 wieder. Also, ciao, ciao.